Hallo, in diesem kleinen Tutorial möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie das Topmenü sichtbar machen können. Das gilt natürlich nur, wenn das von uns erworbene Template auch über ein Topmenü verfügt. Nachdem Sie sich als Administrator angemeldet haben, müssen Sie natürlich vorab ein Topmenü erstellen. Das haben wir natürlich hier schon getan. Wenn das erstellt ist, gehen Sie bitte auf Erweiterungen, Module, wählen das Topmenü aus und geben die Position User 3 an. Auf dieser Position darf nur das Topmenü liegen und sonst nichts anderes. Das war es auch schon. Das war es auch schon.